So, geht's schauen Burschen! Wen haben wir jetzt? Christian und zwar der rechte, nimmt er ein bisschen Speed auf, mittellange, uh, schön, schön, im Becken drinnen, so, so, super. So, Kurti, wo bist du? Er steigt immer ein bisschen um, bringt aber trotzdem einen guten Zug jetzt, so, uh, abgestochen, der war nicht auf der Kante.